Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Show, zu vielleicht der besten und einzigen vierten Show, die jemals von Hard Reset in dieser Konstellation live on air gegangen ist. Der besten vierten Show und der viertbesten Show aller Zeiten. Daran können wir ja noch arbeiten. Es wird nicht so einfach, die Show letzter Woche zu unterbieten, von der Qualität her. Zum Glück haben wir ja keinen Beweis für die letzte Show. Die Qualitätssendung war so schlecht, dass wir uns auch dagegen entschlossen haben, sie aufzuzeichnen. Also die Sendung ist extra gelöscht worden. Ja, so ist es ja nicht. Wir haben ja so einen Qualitätssensor, der einfach irgendwann hardcore schneidet. Und am Ende bleibt dann halt nicht mehr viel übrig. Die guten Sachen der letzten Sendung wurden zusammengeschnitten. Und in ein zweisekündiges Potpüree verarbeitet. Haben wir gerade im Intro noch alle gesehen. Die besten Szenen waren eben im Intro auch alle zu sehen. Wir müssen aber, weil diese Sendung wird überragend, da brauchen wir gar nicht zu reden. Das wird die wirklich vermutlich beste Sendung, die derzeit live im Internet läuft und Hard Reset heißt. Ja, ich sag das mal! Kurze Runde! Heiko Hals losen! Unglaublich! Deswegen wollen wir jetzt das Tape in den Videorekorder schieben, um sicher zu gehen, dass das für die Nachwelt erhalten bleibt. Okay, sehr gute Idee. Ich steuere den Arm. Ja. Das ist ganz schön schwer. Vorsicht jetzt. Ach, du musst das am Alpha-Modul aktivieren. Alpha-Modul aktiviert. Out! Ah, sehr schön. Ist gut gemacht. Wollen wir noch das Intro zeigen? Ja.